Irgendwas, was keinen Strom bedarf, hier wegholen. Schade, dass man hier für solche Baugeschichten nicht pausieren kann. Das ist irgendwie echt doof. Setzen wir das mal hierher. Nehmen dafür die mit. Eins. Und zwei. Kein Öl. Wo sind denn hier die Ölförder gewesen? Komme ich da einfach dran? Verhältnismäßig, ja. So, ich habe hier wahrscheinlich nichts, ne? Landswerker waren es nicht. Ingenieure. Strom. Kleiner Ölhafen. Da. Das mache ich denn so. Und so. Baumaterial fährt, was brauchen die? Holz und Eisen. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Öproduktion steigern. Das geht nämlich so nicht. Ähm. Ich wollte dich ja verkaufen. Hm. Ist mir eine Ehre. Okay, wir haben ja noch sechs Dampfmaschinen. Die Sprengmaus. Wo wollte ich denn die einsetzen? Wo könnte ich die einsetzen? Wo ist der Dampfer? Annehmen. Doppelkanne. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Doppelkanne. So. Jetzt hauen wir mal schön rein. Holz. Stahl. Und Stein. Und fahren mal hierher. So, zeig mal, wer ist denn hier gekommen? Schankwirt. Dieser Spezialist möchte ihn in ihre Stadt ziehen. Erlauben Sie es ihm. Natürlich. Halt deinen Mund. Dich mache ich auch nur lang, mein Freund. So. Kommt jetzt mal ein bisschen Öl. Ja. 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 Können wir hier hinten mal gucken, dass wir jetzt das bisschen anders bauen. Was fehlt denn hier? Ah, Gold. Die Route. Wo ist denn das Gold? Pre-Blue? Gut. Aber. Das muss man wahrscheinlich hierher bringen. Das muss man wahrscheinlich hierher bringen. Dann da wo? Gut. Dann haben wir nämlich zwei leere Clipper. Können da wieder Fregatten ersetzen. Willi hat sich das schon wieder zurückgekauft. Der spinnt wohl ein bisschen. Ja. Hm. Mein Kopf dröhnt. Ja, ja. Zurecht auch, weil du bist dumm. So, von der haben wir alles. Was wollen die hier? Mein Vater ist zu alt, um noch die Felder zu pflügen, aber er weigert sich, zu Hause zu bleiben. Ein wenig Schatten, damit er einen kühlen Tropfen behält, würde ihm schon helfen, wenn sie hier einen Baum oder zwei pflanzen könnten. Mund zu. So. Was haben wir hier? Ich wünschte, ich könnte Ihre Güte mit einer Gans vergelten. Ein großer Baum. Das ist drei. Ach, das war's schon? Hatt ich wahrscheinlich schon Bäume da, deswegen war das jetzt so untraumatisch. So, die Doppelkanne brauchen wir wahrscheinlich mit der Beladung wieder 300 Milliarden Jahre hierher. So, ausladen. Nur die Seife nicht. Die fliegt über Bord. Da wird's ja schön schaumig. Alles bereit. Bueno Consejo. Das sind schon alles Klipper. So. 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 Hier ist noch. So. Nein, das war falsch. Schreck war falsch. Diesen. Und den Greifen löschen. Annehmen. Und Schiffe. Ähm. Sieht nicht aus mit Seife. Kriegen wir die Seife ja los? Seife kriegen wir hier nicht los. Kriegen wir hier Seife los. Kriegen wir auch nicht los. Ja, dann... Äh, ja. 72 ist genug Öl. Warum entlädt denn der das nicht? Sind noch 70 in dem Kern? Ach, das dauert so lange. Ei, ei, ei. Zug. Zug. Ah, okay. Das ist also die Anzeige. Verstehe. Ach, guck. Ging ja doch schneller als gedacht. Ja. Ja. So. Penster, Stein, Beton. Die Seife, die... Also, Seifenprobleme haben wir auf jeden Fall nicht. Da können wir uns regelmäßig einseifen. Schreck. Äh. Da haben wir schon. Da haben wir schon. Keine Frikatten mehr, ne? Haben wir schon keine Frikatten mehr? Brechen. Zwei Klipper. Diko. Berschen. Berschen. Da haben wir ja gerade schon geguckt, Schnaps. Victoria, das ist eine relativ lange Strecke. Da können wir den Schreck mit dazu machen. Annehmen. So. Wie läuft denn das jetzt hier? Mir läuft das ganz gut. Ähm. Nähmaschinen, Engpast in Kelleropolis. Okay. Ähm. Was brauchten wir da drüben? Bier, Nähmaschinen. Ja. Bier und Nähmaschinen. Bier. Wir haben ja vier Slots, ne? Wird nicht, dass es dann irgendwann voll ist. Annehmen. Gut. Nichts gebaut, ne? Beton brauche ich noch. Beton, Fenster, Stein. Ich bin bescheuert. Ich habe Leben hierher gefahren. Wo ist denn unsere geliebte Doppelkanne? Die macht hier ganz rein auf. Auf ganz entspannt. Gut. Wir hatten, wir haben jetzt Uhren. Wir haben Glühbirnen. Wir haben Dampfmaschinen. Wir brauchen dafür, brauchen wir leider Kautschuk. eine Dynamitfabrik. Salpeter. Ja, irgendwo Salpeter. Salpeter. Zement. Kupfer. Zement. Eisen, Eisen. Warum springt der da nicht hin eigentlich? Ach, das ist... Ach, ich mache ja schon Salpeter wie Sau hier. so ein Schweinetalg. Das kann ich ja dann auch da machen, oder? Wofür mache ich denn hier Salpeter eigentlich? Gut. Also könnten wir im Prinzip bei irgendeiner mal... in Pressburg könnten wir Salpeter einladen. Den Salpeter, den berühmten. Da. Auslagern. Nehmen. Wenn wir den Salpeter dann da drüben haben, könnten wir da drüben... Brauche ich da Strom dazu? Elektrizität optional. Gut. Das gefällt mir sehr gut. So, wir haben eine Minute und eine Minute. Zwei, oder? Eins. Zwei. Erfordert Elektrizität. Das heißt, ich müsste hier wieder... Platz schaffen. Eins. Zwei. Zwei. Für uns drei. Immer schön hinten bei der Schweineproduktion, damit die auch wissen, was ihnen blüht. Und als kleinen Schutz... Hanswerke, was hatten die vor Parkanlagen? Waren die besser? Nein. Arbeiter waren das mit den Ulmen. In der Stadt immer Ulmen. So. So. Ein bisschen... In Ausgleich. Und dann kann ich nämlich da hinten... ... ... ... ... ... ... die Kanonen-Fabrik... ... ... ... ... ... ... ... ... ... blockiert. Das sind bestimmte Räume in einem Bäumchen. Ei, ei, ei. Alter. Das sehe ich nicht daneben. Und auch da nicht hin. Müsste ich wahrscheinlich dann die beiden nochmal rupen. Beziehungsweise die hier, alle drei weg. Aber ich baue erst mal hier eins hin. Geschütz. Geschützfabrik. Junge, Junge. So. Eiseneingang. Ähm. Okay. Ingenieure. Das sind Ingenieure, ne? Genau. Ich wollte ja eben ein bisschen upgraden hier. Guck mal hier. So. 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 Ach, die habe ich erst frisch geupgradet. Aber die kann ich hier zu Ingenieuren. Junge, Junge. Junge, Junge. Wir müssten ja dann eigentlich noch genau zunehmen, sodass wir dann hier wieder ein bisschen up to date sind. Was fehlt hier als Sprengstoff? Was fehlt dem Sprengstoff? Salpeter. Salpeter. Kommt hier mit diesem netten Schiff? Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Das ist ja traurig. Falsch. Ein Frachtschiff. Ich glaube, ich muss sogar auf Strecke 2. Das ist so, so, ähm, eminent wichtig, dieser Transport. Eminent. Eure Eminenz. So. Ähm, Steine waren, dass nämlich was da gefehlt hat. Fenster und, wo ist der Stellbeton? Und da. Und dann gehen wir mal hier runter. Dann fängt unsere zukünftige Nobelstadt mit Ölschürfen an. Das ist, äh, das wird speziell. Hier brauche ich gar nicht hochfahren, wenn ich eh kein Öl da habe. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Das lädt gerade. Der Gude. Gut, der Baut. Dann haben wir auch die Geschütze. Dann fällt uns wirklich nur noch drüben ein Kautschuk. Oh, ein Bankhaus. Wo setze ich denn das hin? Das ist ja... Das ist ja gigantisch. Was ist das hier her? Da passt das gar nicht. Junge, Junge. Was ist das für ein Klopper? Das muss tatsächlich in die Mitte. Wie machen wir das am dümmsten? Na, nicht mal da passt das. Das ist ein ganz abstruses Konstrukt. Wenn ich hier nur das stehen lasse... Zwei und zwei, das mache ich jetzt. Zwei, drei, vier, fünf. Achso, braucht das Strom? Nein. Ola, die Waldfee. So, um Richtung Innenstadt. Schönen Tag noch. Neue Errungenschaft. Bankster. Nenn mich den Getup, Bankster. So, dann gehe ich mal da hinten. Nehme ich noch zwei Hütten rein. Und können hier einen Sichtschutz machen. Zypressen. Große Zypressen, natürlich. An der Prachtstraße. Ich will sterben, aber nicht heute. Achso. Ach, die hat mir Kohle bezahlt. Das ist ja hervorragend. Die hat Angst vor mir. Das finde ich gut. Diplomatie. Das ist ja hervorragend. Achso, habe ich überhaupt ihren Auftrag abgeschlossen? Was ist denn der Eins jetzt? Da unten. Ich scheine den Auftrag abgeschlossen. Ich brauche natürlich unsere Kriegsflotte eher hier oben. Will ich schon wieder zurückgekauft? Nein. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Eine Handvoll Blüten. Das ist nett, weil da kann ich mir ein Stück von deinem Land kaufen. Sie haben ihren Anteil und ich muss mich für sie freuen. Richtig. Erster Klasse. Oh, ich wollte gerade... Einfluss. Weltenlenker. Mhm. Oh, Bauernarbeitskraft 200. Ja, bitte mehr davon. Bisse. Bauern haben wir viele. Ingenieure haben wir viele. Warum? Ja, eigentlich zu wenig gewesen dann. Ach, das hat sich jetzt angepasst, ne? Allein durch das Bankhaus schon. Gut, denen fehlt Strom. Das dürfte aber hier hinten nicht... Oh, die könnte ich upgraden. Guck mal einer an. Ein paar Räder und Uhren. Gut. Guck mal an. Die Doppelkanne ist da. Ausladen. Dann nehmen wir hier die... Wo ist denn das? Der pure Lehm. Da. Nehmen wir wieder zurück und holen nochmal Stahl, Holz und Stein. Gucken jetzt aber erstmal. Für den Hafen. Da fähren wir Steine. So, aber... Gleise. Gleise, Gleise. Ich möchte das bitte nicht krumm machen. Baumaterial fehlt. Gut. Dann machen wir erstmal hier. Das können wir ja auch noch nicht. Oh, Doppelkanne, ey. Willst du mich verarschen oder was? So, haben wir immer noch freie Schiffe. Wir haben keine freien Schiffe. Wir haben auch keine Fregatten mehr. Ab jetzt werden Klipper ersetzt. Das freut mich sehr, weil da spart man eine Menge. Einfluss vor allen Dingen. Das erfasst hier eigentlich alles. Das reicht mir voll aus. Das ist voll gut. Spielstand gespeichert. Spielstand gespeichert. Da haben wir hier drin. Null immer noch. Wo ist der Zug? Der fährt mit sieben zurück oder was? Sonst geht's hier gut oder? So. Ein Strom. Weil kein Öl. Deswegen arbeiten wir ja wohl hier unten. Sieht mir bei Klinge aus eigentlich. Hier wollte ich nochmal ein bisschen rumrucken, ne? Ich lasse ein Stück nach oben. Lieber unten noch ein paar Wirtshäuser. Was ist das? Polizei, ne? Ja, das muss ich nochmal ein bisschen ändern. Abreißen wollte ich es jetzt nicht. Gute Kirche. Soll ich mich jetzt kümmern, weil... Weiß, das passt ja nicht. Ist mir jetzt egal. Ja, wahrscheinlich eh wieder nur vorübergehend. Das Krankenhaus. Der Marktplatz. Und das Wirtshaus. Und hier passt es wieder. So, dann haben wir hier nämlich schön das alles abgedeckt. Da oben natürlich nicht so. Hab ich da eigentlich nur Feuerwehr da oben? Fällt mir gerade auf. Hab ich nicht, ne? Sollte ich vielleicht mal tun. Jetzt gucken wir mal wieder. Damales, Damales, Damales. Willi Willis, Doc. Ja, mit deinem... Gegröße. Ah, das mit dem Öl fuckt mich ab. Sie haben an Einfluss gewonnen. So. Da muss schon so ein Großer drin sein, sonst hätte ich da nicht so viel reingehauen. Zwischen den beiden. Sie haben an Einfluss verloren. Hätte ich gern... mehr Dampfer. Hier muss ja auch schon so ein Fedder drin sein. Warte, wollte ich zwei machen, ne? Spare ich mir aber natürlich wieder keine Fregatten, die ich verkaufen kann dann. Zum Vater. Und die Guillemont weg. Annehmen. Guillemont fährt mal hierher. Ach, die hat ja schon gewartet. Das ist ja vorrangig. Alter. Was ist denn hier noch los? Ich mache hier, glaube ich, ja hinten noch eine Anlegestelle, oder? Ähm. Die waren meines Erachtens bei den Handwerkern. Jawohl. Können vielleicht hier hinten noch ein paar rumfahren dann. Erwarten neue Horizonte. Stein. Stahl. Und Holz. Und Abfahrt. Und du? Guillemont. Krass Geschichte, ey. Was haben wir hier? Diese war gar nicht entladen, weil das Lager ist leer. Ja, das... Nicht so dramatisch, dass das Lager leer ist. Hier sind schon zwei. Das muss ein dicker sein. Das ist auch ein dicker. Beagle. Guillemont. Guillemont annehmen. Was sieht uns hier? Zehn Dampfmaschinen. Alter. Ja, ist ein bisschen was los, ne? In einer geeigneten Umgebung würde ich mich besser entfalten. Noch besser als das? Naja, das ist ja vorrangig. Ähm. Wollen wir schon mal upgraden? Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Musik Musik